So, Ahoi meine Lieben, SIDKAS hier und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Phantom Doctrine. Wir beenden jetzt diese Mission. Kann man das hier wegklicken? Können wir machen. So. Gefahr durch Zivilisten. Aha, Zivilisten ausschalten bringt Gefahr. Gefahrenerhöhung. Also sollten wir gar nicht so viele Zivilisten... Aber ich habe doch jede Menge Zivilisten ausgeschaltet. Oder ist das der eine, den wir jetzt wirklich mit unserem Sniper erledigt haben? Okay, dann dürfen wir die wirklich bloß ausschalten. Mal nächste Mission drauf achten oder mal ein älteres Video gucken und dann mal drauf achten. So, nimm los, mach hin ja. Hopp, 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 hopp. Fortfahren. So, was haben wir denn eingesammelt? Basta. Waffe, Waffe, ein hexagonaler Lauf. Der sorgt dafür, dass man ein bisschen mehr Schaden macht. Ein Pistolenschalldämpfer kann ich gut gebrauchen. Leichte Panzerung, offensichtlich feindselig. Jede Menge Informationen. Viermal, fünfmal, sechsmal, fünfmal. Alter, richtig gut. Und ein Handelsvertrag. Und die Leute, neue Vorteile, neues Training, neue Vorteile, neue Vorteile, neues Training. So. Und wir haben natürlich wahnsinnig viel Aufruf. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Wir haben noch jede Menge. Dann gehen wir mal in die Analyse. Was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt alles eingesammelt. Das heißt, hier finden wir jetzt was raus. So, erstmal hier wieder ein bisschen Orten machen. So, was haben wir denn hier? Wir suchen Geisel und Topmodel. Und wir haben jetzt hier Informationen zu Michael Gorbatschow und zu, wie heißt sie? Clara Newvine. Andromeda Overall, 17 Thronfolger. Den hat man, glaube ich, vorher schon. So, Captain Suvorin. So, hier habe ich das Overall. Jawohl. So, Thronfolger Andromeda. Andromeda, habe ich das nicht schon irgendwo gelesen? Stehe ich mir wahrscheinlich ein. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir zwei Hinweise. Die Bücherei 1981, Maverick. So, Maverick in der Bücherei. Das gehört hier auf jeden Fall schon mal mit dazu. So, dann haben wir hier drei. Andromeda hat mitgeteilt, dass nachts wieder geschrien hat besonders schlimm zwischen 0,100 und 0,200. Ich bin nicht sicher, wie lange wir das noch unter Verschluss halten können. Jeder unserer Agenten ist seit dem Grashügel ständig im Einsatz und ich mache mir Sorgen. Das ist nur eine Frage der Zeit, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen durchdreht und jemanden von hin tötet. Wenn nicht hier, dann wenn wir den Dynamo-Raum ankommen. So, Andromeda, jetzt haben wir Andromeda gefunden. Jetzt haben wir aber hier einen Dynamo-Raum und den Grashügel. Wir haben ja noch ein paar Zettel. So, fressende Linse wird als hohes Tier erwähnt. Was zum Teufel, ich werde mit Topmodell sprechen. So, fressende Linse, das Rasthaus, Topmodell. Averick, hier ist doch was. Das heißt, die Popmodell, Moment, hier haben wir noch Topmodell. Geisel, Clara, Newvine. Fressende Linse, Rasthaus. Aha, das Rasthaus. Und die Grashügel. Käpt'n Sumi ist das Topmodell. Okay. Bei Haller Schreiben wurde analysiert. Das heißt, wir haben neuen Rekruten. Wir haben Talent von Hitzkopf enthüllt. Wir haben Informationen und wir haben Informationen gesammelt dadurch. Bestätigen, sehr schön. So, was haben wir denn noch? Hier fehlt nur einer. Einsatzbericht der HMS Conqueror. Die können wir auch noch fertig machen. Und erst mal ist wieder alles durcheinander. Hier haben wir erst mal rumkommen. Dann haben wir hier Britannicom. Der gehört hier mit hin. Da gehört der mit hin. Da gehört der mit hin. Das bildet hier ein In-Sicht-Geschlossene in den Jens-Kirchen. Passiert gar nichts. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Kranführer Chorsänger. Da. Der hört auch noch mal da mit zu. So. Und die drei müssen wir uns noch angucken. Fangen wir mit dem hier an. Vier Hinweise. Das wird Ihnen gefallen. Eine Person, den Gerissenen, die wir überwacht haben, scheint abtrünnig geworden zu sein und von sich aus die Stechmücken infiltriert zu haben. Der Agent hat sich als Praktikant getarnt und hat sich auf das Dach des Büros in sowieso geschlichen und Banner aufgehängt. Auf dem stand die Stechmücken. Gleich Plünderer der Gerissenen. Ich benutze Codenamen, wo es möglich ist. Sie wissen schon wieso. Der Agent hat es außerdem geschafft, ein paar Fenster mit furchtbar anstößigen Slogans zu bedecken. Wovor er von dem Rampenlicht abgeführt wurde. Ich denke, dass wir ihn von unserer Liste potenzieller Mitwisser-Insider vom Komiker streichen können. Einen habe ich übersehen. Plünderer? Nein. Im Rampenlicht, okay. Ich dachte, die meinen damit nicht irgendein Codewort, sondern vor der Öffentlichkeit. Weil er ja da so eine Banner aufgehangen hat. Komiker Rampenlicht gerissenen Stechmücken. Gerissenen. So, also das hier scheint ein echt sehr verzweigtes Netzwerk hier zu sein. Komiker Rampenlicht Stechmücken. So, dann diesen hier. Zwei. Als Antwort auf Ihre Frage in der letzten Nachricht. Ja, ich glaube, dass es Mitte gibt, der Konditionierung entgegenzuwirken. Ich habe die Ergebnisse der gescheiterten Tests im Paradies mit den Daten von abgeglichen und ich glaube, es besteht eine Verbindung. Tja, die Gefährten. Die Gefährten hatten wir doch schon mal. Er war sicher der Ringe. Die Gefährten und das Paradies. Okay, das Paradies ist Hongkong. Und die Monoxide, das werden wir dann hier drin finden. Ich habe ein Feuergefecht mit verloren und sitze im Gefängnis, weil die Elbhülle versagt hat. Tja, Chorsänger will meinen Kopf dafür, aber seien Sie versichert, diesmal werden Sie dafür gerade stehen. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie einsatzbereit sind, wenn Sie sie an uns liefern. Ich habe gehört, dass die Monoxide mit der letzten Lieferung ebenfalls nicht zufrieden waren. Dieser Ausrutscher hat Ihnen eine Menge Ärger mit den Kobolden bereitet. Es stand in der Zeitung. So, dann haben wir jetzt hier die Monoxide und dann haben wir hier die Chorsänger und die Kobolde. Aha, das Beholderschiff wurde identifiziert. Das ist die CS Marquis. Die HMS Conqueror hat sich die Beholderfracht vom Kabelleger Marquis geschnappt. Wir haben den Kabelleger zum Heimathafen in Hongkong zurückverfolgt. Er gehört einem britischen Telekommunikationsunternehmen namens Britannicom. Wir haben einen örtlichen Informationshändler ausfindig gemacht, der uns weitere Informationen über den Ursprung der Fracht beschaffen könnte. Sollte. So. Smaragd. Herzlich willkommen, Handelsvertrag. Und nochmal Informationen. So, jetzt machen wir ja hier richtig Ballett. Lamster Elfenbeinküste. Können wir auch auflösen hier. So, hier haben wir noch einen, von dem wir nichts wissen. Die Schlafwandler. Alter. So, was haben wir hier? Gerissenen und Brunnen. Die Gerissenen. Zack. So, die, äh, der Brunnen. Der Brunnen. Der Brunnen haben wir hier noch nicht. Gift. Schickeria, Tonassistent. Ach, hier haben wir noch einen mit Schickeria. Das Billig Chili, Großherzog, Jazzmusiker. Meine Güte, ihr habt aber auch alles beschissen in einem Großherzog. Das scheint ja hier auch sehr vernetzt zu sein. Schlangenkette, Schmarotzer. Schlangenkette. Billig Chili, Pflücker. Schlafwandler, Purpur-Türen. Nee. Muss ich sehen anfangen. Drei Hinweise. Hürte, wir sind Eisfuchs, wie vorgegeben, bis zum Hafen. In Dings, Eisfuchs. Boah, das sind mittlerweile so viele Namen, aber der hatte doch auch irgendwas in dieser Story schon zu tun gehabt. Der Hafen war vollgepackt mit Schlägern der Purpur-Türen. Türen, ja, Purpur-Türen, nicht Tüten. Purpur-Türen, Purpur-Türen. Hürte, Eisfuchs hier. Das gehört hier auch irgendwie zusammen. Hürte, das gehört hier auch zusammen. Schmarotzer, Bunn, Pflücker, Tonassistent, Gift. Nee, noch nichts weiter. So, dann hier, vier Dinger. Also, Dings hat uns gebeten, Sonnenbrand während seines Aufenthalts im Bootshaus zu verfolgen, nachdem er verdächtigt wurde, mit Hilfe wickelt zu sein. Kuba-Diplomat und Jazzmusiker wurden entsandt mit Unterstützung. Kuba-Diplomat. So, Jazzmusiker hatten wir doch hier irgendwo schon. Da, Sonnenbrand, Kuba-Diplomat, das Bootshaus. Zwei Hinweise. Solange sie hinter Kuppelstange her sind, stellen sie für uns keine Bedrohung dar. Was ist mit der Unternehmung in Danzig? Okay, noch ein Ort dazu bekommen. Denn in Danzig ist Kuppelstange. Kuppelstange. Aber Kuppelstange haben wir hier noch nicht. So, dann ist es wieder das letzte Papier, das alles aufklärt. Seit Februar kommen kritische Lieferungen mit erheblichen Verzögerungen an. Mein Team sowie das von Kuppelstange kann ohne diese Lieferung nicht arbeiten. Es ist erforderlich, dass sie mit Insider sprechen und mehr Druck auf Dings ausüben. Ich möchte sie zudem informieren, dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr nachlässig sind. Schlafwandler hat berichtet und so weiter. So, Kuppelstange. Insider, Schlafwandler. Hä? Insider. Na, aber hä? Dann habe ich doch jetzt hier... Der Brunnen hier. Da haben wir es. Jetzt haben wir es. So, Cäsar ist jetzt neuer Rekrut. Tapfer ist neuer Rekrut. Und Agentenbericht... Achso, hier. Lamster hat jetzt Herstellung. Und wir haben endlich die scheiß Beholder-Zelle aufgedeckt. So, dann haben wir hier noch bei Hallas Korrespondenz. So, dann ist das ein Spaß. So, Treuhand, der Schreiber, die Quelle, die Knüpfer, Hervorbringer, die Raucher, das Traunspaket, Obsidiane. So. Jawoll. Hopal. Fallrohr, Schwertkämpfer, Akademiker. Monoxide-Quelle. Managur. Die Treuhand. Hier haben wir die Treuhand. Hervorbringer, Koffermann, Ulmen, Starkregen. Meine Güte. Und nochmal ein. Panama-Stadt. So, zack. Obsidiane. Zack. So. Schwertkämpfer. Oder andersrum, müssen wir gucken. Was haben wir denn jetzt hier noch? Die Diffusion. Schwertkämpfer. Warte mal hier, das gehört da hoch zusammen. Zack. Hm. So. Dann haben wir hier Fallrohr, Akademiker, Diffusion und die Teergrube. Zahl, Informant, Schreiber. Nee. Hühnerstall. Fallrohr, Akademiker, Diffusion. Diffusion. Hier haben wir was. Diffusion. Zack. Und den hier. So. Die Raucher, die Knüpfer, die Quelle, der Schreiber. Die Quelle. Zack. Die Monoxide. Moment, wo habe ich denn? Ah, nee, das hatte ich hier vorhin schon gelesen. Römen Koffermann, Hervorbringer. Nein. Hervorbringer. Die beiden gehören auf jeden Fall schon mal zusammen. Zahl, Informant, der Schreiber. Zack. Fallrohr, Akademiker, Knüpfer, Raucher, Monoxide, Hühnerstall, Zahn, bla bla bla. Die Raucher. Die Raucher. Anführer. Wenn sich jemand von Hühnerstall, durch den Zufallsfunk von Hühnerstall, überzeugen, das könnte er 2 und 2 zusammenzählen und unsere Aktion in der Bücherei vermasseln. Wir haben dafür gesorgt, dass der Störenfried und Hühnerstall zu einer Konferenz in Dings eingeladen werden. Bericht dann an die Knüpfer. So, die Knüpfer, die Bücherei und 19. Die Knüpfer. Und wieder mal der letzte Zettel bringt die Entscheidung. Schlangenkette hat die Pflücker benutzt, um buchstäblich Tonnen von Erz für unbekannte Zwecke zu beschaffen. Wir haben dem natürlich ein Ende gesetzt, aber eine große Menge des Erzes hat die Teergrube bereits erreicht und ist verschwunden. Ich denke, dass die Kontakte aus der Operation in dem Starkregen uns hier weiterhelfen können. Genau. So, jetzt haben wir hier die Teergrube und wir haben hier Pflücker. Starkregen, hier. Managia. So, heißt das also, die Leute wurden damals nach Managua gebracht? Ja, aber die haben ja irgendwas gesagt. Die sind danach nach Malta mit dem Boot fahren. So. Juhu. Wir haben nichts mehr zu analysieren. Ist ja geil. So. Keine Daten für Analyse. Keine Daten für Analyse. Werkstatt. Hier wird gemacht. Krankenstation braucht man gerade niemanden. So. Warum wird hier kein Falschgeld gemacht? Hä? Haben wir so dicke? So. Wie ist das hier mit der Analyse? Äh, Verhör. Verhör wird gemacht. Fernmeldeeinrichtung. Du guckst. So. Hier. Alle Leute sind gerade sicher. Das ist gut. Wir brauchen viel Geld. Wir müssen umziehen. Wir gucken auf die Karte. Und dann haben wir hier eine aktive Beholder-Zelle, die wir uns aber erst mal aufklären sollten. Und das macht ihr beide bitte mal. Mhm. Okay. Hier ist irgendwas. Da müssen wir noch wen hinschicken. Förster, du bist in drei Stunden da. So. Oh, was ist denn hier? Ah, hier. Sondermission. Da müssen wir hin. Wie viel müssen wir denn da hinschicken auf die Sondermission? Ach so. Äh, das muss ja gar nicht heißen, dass wir da auch spielen müssen. Ja komm, dann fliegt man da schon mal hin. Wo sind denn meine ganzen Agenten, die ich hier hinten hatte? Können wir hier mal noch irgendwen wieder aus Madrid herschicken? Hier, Kapitän, kannst du mal da rüberfliegen? Und können wir hier noch wen schicken? Koloss. Fliegst du auch mal da rüber? So. Dann lassen wir hier noch ein bisschen Zeit vergehen. Agenten verlieren schneller Fahndungsdruck. Zurück zur Einrichtung. So. 400 und. Ich denke, wir sollten jetzt noch umziehen. Das sollten wir auch diesmal noch machen. Dann geht's mal ab nach Omsk. So, dann wird schnell neulich geladen. Nein, du machst schon. Mann. Fortfahren. Ja, Omsk ist auch schön. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft hier. Wir könnten nochmal schnell in die Werkstatt gucken. Was könnten wir da bauen für wenig Geld? Interpol-Kontakte. Ist natürlich auch nicht schlecht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Warte mal, das können wir schnell noch in dieser Folge machen. Was sind das hier? Tiraminen. Hier können wir uns noch schnell was aussuchen. Lebenspunkte. Dickkopf. Wir nehmen mal das hier. Jetzt zeige ich mir hier. Händler. Den Scheiß verkaufen wir mal. Können wir nämlich sowieso nicht einsetzen. Zack. So, dann zeige ich mir hier nochmal bei Waffenhändlern. Eine 45er. Hier kommen eine verkaufen wir. Hier verkaufen wir eine von. Und hier verkaufen wir eine. Und schon haben wir wieder 6.000 Dollar gemacht. Sehr hervorragend. So, dann können wir nämlich doch nochmal hier in die Werkstatt gehen und irgendwas teures bauen. Erhöht die Chance, dass sie wertvolle Dokumente haben. Erhöht die Reisegeschwindigkeit. Mehr Informanten auf der Weltkarte. Ich weiß nicht. Wir brauchen dafür auch mehr Agenten. Hier in 2. Platz. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich denke, das machen wir mal. Weil wir können im Moment bloß hier den einen verhören und der andere muss halt warten. Und erzeugt halt immer Gefahr. Gut. So, dann hier nochmal hergeschaut. Also wir sind jetzt hier wieder in Omsk. Hier wird gerade taktisch aufgeklärt. Dann können wir also in der nächsten Folge hier angreifen. Hier fliegt einer hin und bringt uns ein bisschen in der Story weiter. Dann würde ich sagen, speichern wir jetzt. Einmal speichern. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ahoi und tschau tschau.